Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal FELIXITRON. Ich habe heute ein paar Informationen für euch, besonders über Giratina, den Giratina Race. Das dauert auch nicht mehr lange und den könnt ihr euch noch schnappen. Zweitens, Krüppuck und drittens, Ninkada und Niniask. Mehr dazu in diesem Video. Wir fangen natürlich an mit Giratina. Ich habe da den Raid ein bisschen vorgespult, weil er einfach zu lange dauert und da müsst ihr euch nicht so lange einen Kampf reinziehen. Ich musste auch mal einmal mein Team wechseln. Besonders, ich glaube nach Regia. Ja, es war auch so. Dann habe ich einfach nur mit einem Team Stolos, sowohl Stolos. Bitte kein Stolos ins Team nehmen, der ist übel schlecht gegen Giratina. Daraufhin war er auch kaputt. Und ich konnte ihn fangen. Es war nicht sehr leicht, ein Giratina zu fangen. So, jetzt aber. Nein, warum schieße ich so schlecht? So, jetzt großartig getroffen. Einfach fabelhaft. Werde ich glaube ich nie bei Giratina treffen. Obwohl, nein. Okay, jetzt ist es noch drin. Klasse. Giratina wird gefangen. Paar Bom Bom. Aus der Aufgabe, Fangio 108 Pokémon bekommen hat. Nicht aus der letzten Aufgabe, sondern aus dieser schon. Das ist Krüppuck. Ein ziemlich cooles Geist Pokémon. Dieses Pokémon wurde hinter den Korken gesperrt, weil es zu viele üble Taten gemacht hat. Und deswegen halte ich den Korken für einen stein. So, Krüppuck haben wir jetzt auch gefangen. Aber das hindert ihn natürlich nicht, weiter zu gruseln. Genauso wie Giratina wurde auch in eine andere Dimension gesperrt wegen ihrer Übeltaten. Ja, ich zeige jetzt noch ein bisschen. Okay, doch nicht mehr. Also ich habe jetzt noch kurz die Attacken von Grüppuck gezeigt. Jetzt fange ich noch dieses Zwirlicht. Hoffen, dass es ein Shiny wird. Aber gut, es auch nicht. So, jetzt holen wir uns noch die Aufgaben ab. Wir bekommen 18 Grüppuck Bonbons insgesamt. Und wir gehen weiter zum Ninkade. Zu Ninkade gehen wir weiter. Da ist es. Ninkada. Ninkada, Entschuldigung. Nicht Ninkade. Ninkada. Ninkada, das Ninkada-Pokémon. Ich benutze natürlich sofort ein Nisadana, um es schnell zu fangen. Ich bekomme gerade wieder Schnupfen, merke ich. Und wir haben es gefangen. Wir bekommen den Ninkada in Pokédex registriert. Und es hat natürlich eine Entwicklung von 50 Bonbons. Ich hätte geglaubt, Ninkada wird so... Ninkada wird es ja. Aber ich hätte mir auch gedacht, so Ninkada... Falsch. Die haben gar nichts miteinander. Ninkada ist einfach nur ein... Ja, wie soll ich sagen... Ein zweites Doomiesel. Eine andere Art von Doomiesel. Finde ich. Aber Ninjask habe ich jetzt auch ein paar Sonderbombons gegeben, dass ich in diesem Video zeigen kann, wie die Entwicklung aussieht. Die Entwicklung werde ich ja auch gleich machen. Ich werde den Kader jetzt gleich entwickeln. So, ja. Ja, es entwickelt sich zu einem Pokémon, das sehr cool aussieht. Es heißt Ninjask. Ihr seht es auch jetzt schon. Ninjask sieht übelst nice aus. Ist auch ein Pokédex-Einbetrag der dritten Generation, nicht der vierten. Ninkada ist ein Pokémon der dritten Generation. So wie Ninjask und Ninjatom. Ninjatom ist auch dritte Generation, nicht die vierte. Hat mich verblüfft, aber es fehlen eh noch ein paar in der dritten Generation. Und ich zeige euch gleich noch Ninkada, wie es neben mir steht. Ich habe jetzt das Kumpel genommen noch. Ninkada steht neben mir. So klein ist das Viech. Ich kann mich noch erinnern, ich hätte mir eh gedacht, dass es eher dritte ist, weil an der vierte sieht das eh nicht aus. Ich habe jetzt auch schon mal den Pokémon Omega Rubin gesehen und gefangen. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass das ein dritte Generation Pokémon ist. So, ich drehe es noch ein bisschen herum. Aber dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann und tschaudi die Bounda!